Ja, da wollen wir mal den Schatz suchen. Willkommen Freunde zur 61. Folge. Hat es im Auftrag des Königs, nachdem wir mit Ambrosius gesprochen haben und er uns widerwillig seine Schatzkarte gegeben hat, sollen wir wohl mal nach dem Schatz suchen und wo fange ich an? Frag ich immer. Machen wir mal. Ah, toll. Lörke. Frag ich mich, ob ich hier mal an der Felswand entlang gleite. Hm, es sind aber viele Lörker hier, die mich eventuell kaputt knallen könnten. Gut, er ist schon mal aus der Reichweite. Jetzt haben wir ihn hier. Hm? Ah, Mann und Mann. Ja, ist gut. Es sind aber viele hier. Und es dämmert. Oh. Oh, eine Höhle. Oh weia. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ja, natürlich. Oh, ich habe abgesaved, um mit dem Lörker hier zu tun. Das sind noch mehr Lörker. Oh weia. Mal loskommen. Oh, geht. Oder war es Zufall? Das ist die große Frage. Ah, ich habe wieder vergessen, Fleisch zu braten. Mann, nur Meter. Hm. Ja, das machen wir dann mal eben. Indem wir Tamora Stadt oder... Moment mal, Moment mal. Am Strand... Ne, da muss ich wieder... Ah, ich weiß es jetzt nicht, Menno. Das vergesse ich jedes Mal irgendwie was zu essen. Na, da muss ich halt eh ein paar... Heilkräuter essen. Ein paar Wurzeln. So. Hier gab es ja noch einen. Na. Was jetzt Zufall war mit dem ersten Lörker in der Höhle. Sicher zeigen. Na, das war wohl Zufall. Ah, shit. Das war klar. Ja, dann bleibt mir also also nichts anderes übrig, als mal eben in die Stadt zu teleportieren. Mein Fleisch zu braten. Ein bisschen was schlafen und dann geht es wieder zurück. So. Und ein bisschen noch mehr Proviant kaufen und ein bisschen alte Klamotten verkaufen. Machen wir hier üblicherweise an dem Marktplatz. Was hast du denn alles? Warte mal. Bevor ich das mache, werde ich erstmal meine Mupfeln öffnen. Und zwar rein. Genau, richtig. Na? Nicht zu holen. Okay. Nicht zu holen. Bring dir einfach rüber. Ja. Hey. Jawohl. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat zum Beispiel schöne Socken und solche Geschichten. Ähm. Was sind das hier? Ein Bier. Was haben wir denn? Wie teuer ist denn das? 20. Und das für eine Fischsock. Lebensenergiebonus. Was? Ach nee. Ich verkaufe erstmal meine Waren an Kinko. Hey du. Und zwar die Herren. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, genau. Richtig. Suchen. Suchen wir uns was aus. Mal gucken. Ein bisschen an Geld kommen. Ja. Gestern war Vater. Ne. Heute ist Vatertag. Ah. Ich habe keine Kinder. Ja. Was haben wir denn noch? Ich habe kein Geheimnis mehr. Vier. Engel-Sumpfkraut. Oh, das bringt vier. Das ist schön. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Mackeln bringt nur eins. Das bringt gar nichts. Aber ich habe 137 schon mal. Ähm. Alte Münzen bringen nichts. 61 Flügel bringen drei. Flügel. Jetzt verkaufen wir die. Er fehlt alles weiter. Ne. Ich behalte mal 20. Das ist wirklich nicht gut. Okay. Dann gehen wir rüber. Zum Kabel. Hey du. So. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir mal ob wir hier. Lebensenergiemodus. Kann ich alles so. Moment. Kann ich alles schlecht lesen. Ähm. 80. 9. Was haben wir hier? 20 kostet. Kostet 35. 100. 10. Kostet 10. 40. 40. 20. 40. Acht. Da nehmen wir hier ein bisschen von dem Zeug hier. Von Fischsuppen. So. Und was haben wir hier? Leckere Fleisch Suppen. boilingenergiem twists. Naja okay. So, dann geht es rüber zum Schatterrand. Und zwar da hinten. Entlang müssen wir hin. Und mir ist aufgefallen, falls es euch auch aufgefallen ist, dass diese komische Rüstung, die ich für teuer Geld gekauft habe, also hier diese Golem-Rüstung, überhaupt nichts bringt. Denn wenn mich so ein Lurker mit einem Schlag oder mit mindestens zwei Schlägen schon umnatzt, ja dann... Boah, ist der Beißer da. Bin ich hin? Ja, ist gut. Und noch ein Beißer. Wie ist es denn hier oben auf der Isra? So, da ist Ambrosius. Sind wir nochmal hier. Ich habe mich wieder hier an diese Stelle begeben, um mit Ambrosius kein Wort zu wechseln, weil ich ja schon Wörter gewechselt habe. Um weiterzumachen. Mit der Schatz-Suche. Dann können wir mal ganz schnell wieder am Eingang zur Höhle uns begeben, der hier ist. Da steht schon wieder so ein Heinz. Das ist in der soweit fortgeschritten. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass meine Rüstung, die ich für teuer Geld gekauft habe, überhaupt nichts bringt. Deswegen werde ich meine alte wieder nehmen. Und... Ich muss meinen Bogen nochmal eben laden. So, stopp. Und... Bechern. Denn ich habe den Eindruck, dass ich mit dieser alten Rüstung noch was erledigen kann. Ja, eventuell... Eventuell event... Eventuell... Also hat er mich schon mal mehrfach geschlagen. Und ich bin nicht so... Äh... Arg verletzt worden, wie mit dieser komischen Golem-Rüstung. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war eine Fehl-Investition. Und zwar was für eine Fehl-Investition. Los. Humpf dich da drüben voll. Und weiter geht's. Und da haben wir eine Holzbrücke. Mhm. Was sehen wir denn da? Sieht aus wie Ameisen. Ameisen. Oh, da hinten haben wir hier wieder einen... Blöge. Mal gucken, ob er irgendwie hier hängen bleibt. Das wäre toll. Ne, bleibt da. Doch, er bleibt hängen. Nur da hinten ist noch einer. Ähm, hier, dann. Nix. Das ist ein Mist. Jetzt. Mann, oh. Oh. Ja, toll. Ja, wenn ich hier meine Pfeile schaballere, werde ich ihn doch nochmal mit dem Schwertchen anrufen. Mann, 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 ist das aufregend hier. So, dann nehme ich dich auch mal. Okay. Versuchen wir das gleiche noch spielen noch einmal. Nö, das klappte nicht. Das wird immer beschissen. Das wird immer beschissen. Was? Jetzt konnte ich das Ding nicht mehr an? Ach ja, weil diese Golem-Rüstung... Weil diese Golem-Rüstung mir noch 10 Stärke zur Verfügung gegeben hat. Ja, aber dafür macht es mich schwächer. Er kann sogar an eine Wand klettern. Das ist ja ein Hals. Gute Sache, das. Mhm. Pinken wir mal zur Abwechslung mal ein Süppchen. Eine Fischsucht. Ein Fleisch. Da hinten haben wir. Auf ein neues. So, ich mache mich folgendes. Ich werde ihn in der Nähe von der Wand hingehen und ihn an die Wand drängen. Das siehst du, und dann haut er ab. Decker. Irgendwas pickt. Wahrscheinlich über mir. Wie viele Punkte brauche ich denn noch? Ach, 2000... 2540. 200, oder? Ja. 2540 Points. Das ist ja nicht mehr viel. So, irgendwo war doch hier noch ein Beißer, oder? Da hinten ist er. Und da oben sind Mole Rats. Okay. Ach, da ist ein Beißer. Ach, du liebst Lieschen. Aus der Höhle, wo ich rausgekommen bin. Ah, Mann. Gerade mal eben mit dem letzten Tropfen Blut. Ach, vielleicht soll ich auch mal ein paar Schinken essen, oder? Lecker geräucherten Schinken. Oh. Jetzt. Aber da hinten einen Beißer. Lass ich den in Ruhe, weil der beißt mich ja... Der macht einmal Knups und ich bin hin. Aber... Hier habe ich die Chance, den Kamolis zu erledigen. Äh, hallo? So, vielleicht sollte ich mal eine andere Kombo anfangen. Okay. Ach, irgendwie kenne ich das hier. So, wieder ein bisschen nackt und zerfleischt. Ja, wo könnte der Schatz wohl sein? Ja, genau. Hier bin ich mal runtergefallen. Und hier oben drüber war ja... Hans und Markus, die Jäger. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Hm. So sieht das also aus. Und da ist ein... Mitten ein Wassergolem. Mitten im Fluss. Ah, hier mache ich was. Wo soll denn hier ein Schatz sein? Wo sind hier Hinweise? Am Flussufer? So. Du kröltest nicht mehr. Oh. Nein. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Vielleicht liegt hier was. Ne, das sollte man auf alle Fälle erst mal sehen können. Hm. Nachher befinden sich irgendwelche Hinweise da oben. Wo die ganzen gefährlicheren Dinge sind. Dann probiere ich es mal mit ihm. Runter! Ah. Ah, Mann. Wenn ich diesen einen Schritt nicht nach hinten gemacht hätte, dann wäre ich hin. Oh, das ist eine gute Suppe gewesen. Was waren das für so leckere Fleischsuppe? Nicht zu plündern. Hm. Hier sollte ich nochmal weiter hier gehen. Und nochmal ein paar Sachen auflesen. Wie zum Beispiel die Sohrenmuschel. Also das mit den Lörkern geht mal gerade so. Letztlich ja verkraften. Ich brauche auch Futter. Hm. Oh, mehr mal. Ach, da liegt da noch was. Klappenmuschel. So, liebe Zuschauer. Schluss mit dem Lörker-Wahn. Ich stehe jetzt hier vor so einer Anhöhe, wo es richtig interessant werden könnte. Ich weiß nicht, wo wir da sind, aber... Äh, ich werde jetzt mal geradeaus gehen und hier mal die Lörker links von mir lassen. Ja. Und da... Oh, ich habe so einen Scheißbeißer. Ja. Der macht mich natürlich noch mehr Futschi-Lutschi. But nu. Vielleicht ist ja nur der Einzige. Oh, 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 oh. Ah, tolle Nummer. Ah, hier geht's hoch. Gucken, was da hier hoch geht. Oder war ich da schon? Frage, nächste Frage. Okay, war war nix. Nee. Wieder mal von der Traufe in die Schaufel. Ach, supergeil. Ich war hier. Ich hab noch nicht die Ruhe, mit dir zu kämpfen. Nein. Okay, das war hier wieder eine voll die Kamikaze-Geschichte. Supergeil. Oh, was haben wir denn da hinten? Lustiges. Oh, Botz. Hab ich schon mal gesagt. Okay. Auf jeden Fall habe ich hier diesen ganzen Schwarm abhängen können. Na, willst du wohl? Oh, Leute. Ja, wie sieht's denn hier mit Verpflegung wieder aus? Noch ein paar Fleische. Nur vier. Das ist Dull, Komma, Periode Dull. Na, hier müssen wir ein bisschen aushalten. Dafür ein bisschen Schinken essen. Mh, lecker Räuchergeschmack. Und er sieht gar nicht so geräuchert aus, der Schinken. Okay, jetzt bin ich ein bisschen weiter. Das ist ja schon mal gut. Weil. Ich hab jetzt hier an einem anderen Tag weiter gemacht. Wahrscheinlich könnt ihr das anhand meiner Stimme erkennen. Ich möchte doch ganz gerne nochmal zurück zu den beiden Jägern. Und, äh. Und die trau ich mich auch noch nicht ran, hier an die Peppys. Ähm. Den Ulmenbogen zu holen. Ich hab mal wieder einen Tipp gekriegt. Und zwar von dem lieben Ellen Diffen. Da hinten schimmert was durch. Ey. Jawohl. Okay. What the fucking matter is there? Ja, okay. Wenn da sich was lohnt zu holen. Na komm. Gut. Also irgendwie fand ich schon in Gothic 1 die Molorets unheimlich süß. Unheimlich süß, weil die so knuddelig dicklich sind. Oh. Ist gleich zwei Stück. Die dann immer einen auf die... Nicht zu holen. ...auf die Ome zu kloppen, was fand ich dann immer ziemlich traurig. So. Glauben wir mal, was ich hier verbirgt. Außer... ...irgendwelche Kohlenstoffkristalle da. Und ein Dunkelpilz. Voll. Nix. Unkraut. Das heißt nicht Unkraut, das heißt Beikraut. Auf jeden Fall ein paar Pilzchen hier. Oh, Leute. Leute, Leute. Ist hier mehr nicht? Ist hier nicht mehr? Oh, doch. Eine Drachenwurzel. Erlösche. Was ist denn hier los? Drachenwurzel? Das sind doch diese moosartigen Gebilde. Wenn mich nicht alles täuscht und mich nicht die ganze Zeit hier... Da, hier. Abmoos, Bergmoos. Aber wo ist denn die Drachenwurzel? Äh. Die müssen doch auch etwas außergewöhnlich aussehen. Da. Ja. Eine. So, Stärkebonus 1. Mhm. Super. Wenn ich einen Permatrank mache, dann kriege ich dann Stärkebonus 3. Also. Aufsparen. Ich weiß gar nicht, ob das das bringt. Aufsparen. Ja. Ähm. Sicher ist sicher. Ich bin heute im Speicherwaren. So, komm mal zu mir. Ich brauche noch ein paar tausend Points. Und zwar. Ah. Okay. Hm. Ich habe hier kein Lagerfeuer. So, dann haben wir hier noch ein paar... ...Fervies. Wobei ich nicht weiß... ...die mich mit einem Hubs dann auch fertig machen. Oh, die ist schon abgelaufen. Ich bin so, scheiße. Die schmecken nicht so. Ja. So. Ja. Ich habe hier unheimlich viele Federn für meine Pfeile. Aber ich habe ja so viele Pfeilschäfte und so viele Pfeilspitzen. Pfeilspitzen. Ja. Natürlich nicht. Das ist wie eine... Jetzt hat er mich gleich. Ah. Immer wenn er ausfohlt mit seinem Kopf, dann sollte man schon... Hehehe. Okay. Weil es gewesen ist. Aber trotzdem hat es mich ziemlich stark erwischt. Kekse. Hat sich entlang wie ein Keksgeräusch. Ah, hier haben wir es mit Krötenfleisch essen. Mal gucken, wie viel Pfeil ich noch habe. Und zwar 84 normale. Und 15... Versuch mal was. Geschärfter Pfeil. So. Ich versuche es mal so, dass ich... Nein, bitte die zwei. Mit einem Pfeil. Okay, der ist alleine. Ich muss den mal nehmen. Hier fehlt natürlich noch... Aha. Okay. Das ist nicht so mühselig. Ach, ich will es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht kann ich den nächsten genauso treffen. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Nähe von den Jägern bin. Okay. Nein, du nicht. Du. Nicht getroffen. Okay. Auf jeden Fall gibt das wieder enorm viele Pfeile. Und dann kann ich die auch schärfen. Die sind ja eigentlich mit Äpfeln aus. Knackig und frisch. So, hat sich jetzt weggemampft. Der Apfel. Ach, ja. Es hier Mist zusammen, das gibt es gar nicht. Großfleisch, wieviel bringt das? Das bringt nicht viel. Das ist blöd, nicht das machen täte. Auf jeden Fall sind das viele Wild Scandals. Also viel für meine Pfeile. So, der hat mich. Man hört ihn leider nicht. Da fehlt noch der Sound. Sehr cool. Ja, beim nächsten Besuch in Tamora darf ich mal wieder irgendwelche Providenz-Sachen kaufen. Weil hier wirklich, dass nicht irgendein Beißer hier rumfetzt. Das heißt, er soll erstmal scouten. So, du dürftest hier am nächsten sein. Ah, okay. Na, er holt sich und holt aus. Und ich treffe noch nicht mal. Wo bin ich denn los? Ach, ich kann ja mal auf die Karte gucken. Auf der Karte kann ich gucken. Ach ja. Ah, ja, da bin ich. Jägerlager, alles klar. Also liegt das Jägerlager genau hier. Moment mal. Genau hier, genau hier über mir. Ist das so? Das ist so. Okay. Na ja, eben mal schnell auf die Schnelle noch einen Glucksen hier. Vielleicht komme ich ja irgendwie hier hoch. Weil das sieht so hier zerkastet aus. Das ist so. Doch. Oh. Meiernessel. Könnte klappen. Wenn nicht, was von... Nee, klappt nicht. Ich hab's gewusst. Los. Los mit mir die Flucht ergreifen, aber nicht gegen die Tanne laufen. Das ist noch Feuernesseln. Hier habe ich noch kaum nach Feutern gesucht. Ah, es wird eng, es wird eng, es wird eng, es wird eng. Ja, liebe Freunde, es sieht so aus, als wäre jetzt die Folge aus. Und wie es hier weitergeht, hier entlang geht. Und ich hoffe, dass wir zu den Jägern kommen. Weil das möchte ich mit dem Ulmenbogen machen. Und ich hab da auch einen Tipp bekommen. Halt, ich hab vorhin schon angesprochen. Also bitte schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Verfolgt mich. Und ich sage für diese Folge Tschüssi. gonnaニin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.